Remax Immobilie, Rolf Jensbergen, hallo und guten Tag miteinander. Heute aus dem oberen Döstal, genau gesagt aus der Gemeinde Sternenberg. Sternenberg liegt rund 875 Meter über dem Meer im Zürich-Oberland. Die Gemeinde Sternenberg, die Region Sternenberg, zeignet sich aus durch eine vielfältige Natur, viele schöne Täler und eine wunderbare Ruhe. Das Einzige, was Sie heute ein bisschen hören, ist der Rasenmäher vom Nachbarn nebenan, der den schönen Tag nutzt, um eben seinen Rasen zu mähen. Aber kommen Sie mit mir, ich zeige Ihnen ein paar Impressionen von dieser wunderschönen Dreieinhalbzimmerwunde. Das Einzige, was Sie heute ein bisschen hören, ist der Rasenmäher, das Erzige, was Sie heute ein bisschen hören. Und jetzt haben Sie eine andere Willen von der Erzige, die Herr Schleischung des V-Ges-Anses, Das Erzige, war es immer noch nicht verloren. bis Sie heute ein bisschen hören und hören. Gehlen Sie, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Interessiert? Dann rufen Sie mir an oder schreibt mir eine E-Mail und ich schicke Ihnen sofort das umfangreiche Verkaufsexposé zu. Die Wohnung ist übrigens 2012 erbaut worden, eignet sich als Erstwohnsitz oder aber eben auch als Zweitwohnsitz, wenn Sie einen hektischen Alltag von einer Stadt am Wochenende oder in den Ferien wieder entfliehen. Und da in dieser wunderschönen Region werden die Natur geniessen, biken, wandern oder einfach die Seelen bauen lassen. Ich freue mich auf Sie. Reemax Immobilie, Rolf Jens Beger, wenn es umgeht, Liegenschaften erfolgreich zu finden und erfolgreich zu freuen. Dankeschön.